Hallo und guten Abend YouTube. Ich möchte heute jemandem gratulieren. Dieser jemand ist eigentlich mehr eine Institution, eine Webseite. Wir kennen sie alle und wir lieben und hassen sie alle. Es handelt sich um YouTube. Denn nach meinen Hochrechnungen, die ihr ja im letzten Video hoffentlich gesehen habt, nach diesen Hochrechnungen schafft es YouTube heute Nacht, wenn sie es nicht sogar schon geschafft haben, die 300 Millionen Videomarke zu durchbrechen. 300 Millionen. Das ist erstmal auf jeden Fall eine stattliche Zahl an Videos, die dann heute Nacht erreicht werden soll. Wobei man auch sicherlich davon ausgehen kann, dass sich seit dem Mai 2011 nochmal einiges getan hat von der Menge her, die hochgeladen wird pro Minute. Von daher bin ich mir sicher, dass YouTube schon längst die 300 Millionen erreicht hat. Aber nach den Zahlen, die entsprechend veröffentlicht wurden, müsste es heute Nacht europäischer Zeit irgendwann soweit sein. Sprich, morgen quasi, also den heutigen Tag irgendwie in den USA. Mit der Zeitverschiebung ist das ja immer so so eine Sache. Aber auf jeden Fall, wenn ihr in ein paar Tagen dieses Video seht, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass auf YouTube 300 Millionen Videos vorhanden sind. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel für diese 300 Millionen, um euch das mal ein bisschen besser bildlich vorstellen lassen zu können. Laut Wikipedia beträgt die durchschnittliche Schrittlänge 63 Zentimeter. Wenn ihr jetzt also 300 Millionen Schritte hintereinander setzt, dann kommt ihr insgesamt auf ungefähr 180.000 Kilometer. Mit anderen Worten, ihr könnt über viermal die Erde umrunden. Mit 300 Millionen Schritten. Vielleicht nochmal ein zweites Beispiel. Wenn ihr würfelt, und wir nehmen mal an, einmal würfeln dauert ungefähr eine Sekunde. Das kommt ziemlich gut hin. Wenn ihr dann 300 Millionen mal würfelt, dann seid ihr neuneinhalb Jahre nur mit Würfeln beschäftigt. Ohne Pause, ohne Schlafen, ohne Essen, ohne allem drum und dran. Oder aber, ihr nehmt 300 Millionen Lieder. Wenn ihr euch die alle anhören wollt, dann seid ihr über 25 Jahre eures Lebens damit beschäftigt, euch die Lieder anzuhören. Ich finde, diese Beispiele machen sehr gut deutlich, wie krass groß diese Zahl einfach nur ist. Ja, also man kann es sich ja schon schwer vorstellen, 300 Millionen, das ist schon ziemlich heftig. Ich bin mir sicher, am Anfang hat sich niemand diese Größe vorgestellt. Ich mir ja auch nicht, als ich mich vor, ich glaube, vier Jahren angemeldet habe. Da kann man nur sagen, Gratulation YouTube, Daumen hoch und ich bin hier raus. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.